So, jetzt muss ich erstmal alles aktivieren hier. Wenn die überhaupt noch Pummelpartys spielen wollen. Hallo? Hallo? Hallo, was macht ihr? Das geht dich gar nichts an. Warum sind meine Freunde nicht in Guitar-RP drin? Weil wo? Dort! Ich war gerade mit dem Pinsel kurz bei Teilen und er sucht sich ein Polizeiauto aus für eine Speedunit. Da stand ich zwei Minuten im Kreis und dachte mir, ne, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Jetzt soll man eine Runde Pummel no what? Ja, Pummel no what? Ja, aber nicht wieder mit fünf Dinger, oder? Nee, nee, nee. Wir machen drei. Drei. Drei werden reichen. Drei. Sollen wir noch mehr Leute einladen? Ja. Koncherup folgen? Aber dann müssen wir in den Teamsweg gehen. Aber sind die nicht alle selber im Spiel drin? Ja, das kann sein, dass der Pinsel mich gleich anschreiben wird. Aber der hatte eh keinen Bock auf Pole-Party. Der wollte Gus-Gus-Guck. Oh Mann, ich hab eigentlich Bock auf RP, Alter. Oh Mann, ey. Ist doch kacke. Mann, ey. Kacke. Kacke. Mann, nee. Aber was willst du machen, wenn's tot ist? Ich bin übrigens im Disco mit Mila, mit... Ich bin Mila! Mit Priester Luis. Ich bin Priester Luis. Und mit Miss Amika. Voodoo, put a thanks on you. Miss Amika und Mila sind so. So sind sie. So. So. Ja. Bist nicht noch auf die Morte gewhitelastet? Bin ich mit Sicherheit. Ich war letztes Mal beim Sparta im Chat. Und da hat er gesagt, boah, wie komm ich zu dir? Ja, so eine Legende hier bei mir. Und ich glaub mir so. Frag dich, stell dir mal gut. Frag dich, ich hab' auch. Ja, meinetwegen können wir eine Runde pummeln, ey. Ja. Ich brauch noch... Von Miss Amika brauche ich Freunde kurz. Und von Luis auch. Ja. Ja. Luis, du bist wieder in Roxy. Ja, lass mal für ein Party mit unserem Roe-Play-Charac dann spielen. Okay. Dann bin ich aber als Trinkie. Oh, Priester Luis. Du bist... Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Der Kempel schreibt, hallo Mia, hallo Louis, hallo Miss Amika. Hallo. Hallo, hallo. Der Joshua schreibt, wow, macht's noch unangenehm. Ich werd nur gehatet, Alter. Ich sag, kein RP drägt 60 Leute aus dem Chat raus. Zack, weg sind sie. Ey, das ist so schlimm, ne? Und weg. Ja. Wie, kein RP heute? Nö, guck ich nicht, Digga. Hab ich keinen Punkt drauf. Nee, Digga. Wir würden lieber zugucken, dass ich irgendwo einfach im Kreis stehe, fünf Stunden lang. Aber wir machen jetzt Pummel-Party-RP. 80 sogar weg. 80 sogar weg. Schämt euch, ihr Schweinebriester. Das ist einfach traurig. Ich dachte, wir schauen hier wegen Curtis. Also ich bin hier wegen Mila. Ich ziehe jetzt meine Socken aus. Ich find, ich bin verwirrt. Woi. Woi, Gigi. Ich such meinen Freundschaftscode. Seit einer halben Stunde. Ich such meinen Steam-Dings. Na, du gehst oben auf Freunde. Ach so, dein Freundschaftscode. Dann auf Freund hinzufügen. Und da siehst du dann ihr Freundescode. Und den kopierst du. Ja, das wusste ich doch. Dankeschön. Na klar. Ja. Was ist jetzt los? Einmal. Du hast da Kuschel, mehr P. Geht nix. Wir machen Pummel-Party. Zweimal. So sieht es nämlich aus. Hätte ich ja drotschen können heute, ne? Boah. Hätte ich machen können. Aber habe ich nicht getan. Dachte ich mir, komm. Hast du nicht getan. Dachte ich mir, boah, den Leuten ist ja auch langweilig. Da geht die Krise online und da hältst sie ein bisschen. Da muss ich hier wieder mit Pummel-Party um die Enke kommen. Aua. Ich habe heute auch entertained. Aua. Dankeschön, Loco. Du hast heute auch gestreamt. Einladen. Ich glaube, ich muss das Spiel erst starten, oder? Du hast dein Ohrwurm, ne? Ja, du Arsch. Nicht piepsen? 90 Leute weniger. Ich gehe schon mal zum Amt. Oh, 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 oh. Oh Gott, hör auf. Das sind 90 Menschen, die nur GTA gucken wollen. Oder wahrscheinlich keinen Bock haben auf Pummel-Party. Oh, es ist laut bei mir. Mach die Musik ein bisschen runter. Kann man Pummel-Party mit Controller spielen? Nein, oder? Ja, klar. Aber warum mit Controller? Sonst heißt es wieder, ich höre nur klimpern bei dir. Aua. Aua. Ich gehe dir deinen Klimper. Okay, Mila, wo kriege ich deine Einladen? Hey, Unicorn, Dankeschön. Und viel Spaß. Ähm, in Steam. Scheiße. Ich habe schon wieder einen Nerv eingeklemmt im Nacken. Nee, ich könnte kotzen, Alter. Oh nein. Da siehst du oben rechts so ein Briefchen? Nee, ich habe keinen Brief bekommen. Wie, du hast keinen Brief bekommen. Ich will aber nach Hogwarts. Oh, warte. Gut, ich schicke nur mal. Aber da geht auch. Wummel-Party mit Controller ist OP. Warum das denn? Okay. Ich habe dir eine. Du müsstest eine haben. Ich habe nichts bekommen, Milo. Ach, du musst doch. Ich habe doch gesendet. Also ich schicke dir einfach meinen jetzt. Ring-Fit-Stream. Guck mal, das kommt vom Schlafen. Ich habe dich doch angenommen. Ja? Ja. Ja, dann. Dann ist doch alles tutti. Ja, siehste, jetzt sehe ich dich auch. Ich habe Hunger. Ich habe mich online gestellt. Ich werde alt. Einladen. König, bitte einmal online kommen. Ach so, ja, stimmt. Und bin ja immer in Kock, Nito. In Kock? In Kock. Bin online. Ich auch. Okay. Einladen. Oh, der Seni lebt ja auch noch. Der spielt Harvest Teller. Was ist das denn? So, habt ihr eine Einladung bekommen? Ja, ich habe bekommen. Ach, ich bin so doof. Nein. Wir machen heute aber Pummel-Town. Ja, nicht wieder die Schneemap. Pummel-Town. Schick mir bitte nochmal. Okay. Bitteschön. Danke. Ich bin ein Tütchen. Ich will Kaffee. Ohne Koffein. Jetzt kann ich mich gar nicht muten im Discord. Hallo? Hallo? Ach, kann ich wohl. Aber hört man nur nicht. Hallo? 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 Meng, Dankeschön für die Primes ab dem 26. Und schöne Festtage wünsche ich dir natürlich auch euch allen. Warum kann ich meinen Namen nicht schon wieder nicht ändern? Am I young Prime? Nein. Also Luis und ich gegen euch zwei Suppenhühner. Oha? Ja. Ich bin dein süßer Cupcake. Jeder gegen jeden. Guck, Kaffeein. Ich mach dich kaputt, Gerdes. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt, Junge. Ich mach dich kaputt. Klingt schon wieder so, als würde es dann rücksichtigen. Nee. Ich bin Tütchen. Wie mehr P. Ich bin jetzt Mila mit zwei A's, weil der das nur so möchte. Was ist denn Gorgios? Ist das Gorgonzola? Ja. Warum heißt du Lena Gorgos? Bist du ein Gorgon-Neut? Ich heiße Lena Gorgonzola. Oh Gott, wie hieß der Film nochmal? Wie hieß der Film nochmal, wo das Spielzeug durch so ein Mikroschip auf einmal zum Leben erweckt? Demo Gorgon. Demo Gorgon. Stranger Things. Nein. Small Soldiers, genau. Da gab es doch auch welche, die hießen irgendwie Gorgons. Mila, Luis. Gottes Kusch. Also ich erzähl dir das. Das ist genau. Okay. Mila, hol mich gleich wieder. Das ist ja nicht so gemein. Sorry. Sorgonite, Alter. Sind wir alle bereit? Wir sind alle bereit. Let's go. Ja. Ich werde sowas von verklanken wieder, Alter. Ich hasse mein Leben jetzt schon. Ich werde gewinnen. Eigentlich können wir eine Wette machen. Oma, mach mal eine Wette. Wer gewinnt? Will nicht wetten. Fünf? Null? Ich hasse das Spiel jetzt schon. Mila, du, komm. Geht schon los? Ja, geht los. Ich habe schon. Okay, du musst Leertaste drücken. Ich bin eine Kübis. Du bist sechs. Komm, das ist nicht zuerst. Ja. Ach, komm. Geil. 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 Das ist ein Zombie. Wahne dir deinen Weg über das Brett, um diese gefangenen Seelen zu befreuen. Der Spieler, der die meisten befreut gewinnt. Gewinnt. Ich habe mal einen Lesewettbewerb gewonnen, in der fünften Klasse. Habe ich wirklich. Ich mag die Brust der dritten Klasse. Watt hast du gewonnen in der siebten Klasse? Mathe Olympiade in der dritten Klasse. Mila, kannst du dich nicht muten? Entschuldigung. Entschuldigung. Ach so, das hat ein NPC. Entschuldigung. Okay. Das Kusch ist am Zug. Heia! Oh mein Gott. Jetzt. Ja, komm. Halt auch zu lachen. Sag mal, Arno ist auch nicht. Tja, das kommt davon, wenn man nicht von der Null lacht. Ja, genau. Das ist unfair. Jump, jump, die neue deutsche Welt. Jump, jump. Mila, du musst deiner Freundin das erklären. Genau, du musst die Seelen befreien. Und dafür würfelst du. Aber Vorsicht, das Monster unten rechts, das kann dich One-Hit-Killen. Und wenn du Air-Drückst, siehst du nicht mehr, warum läufst du da hin? Oh mein Gott. Ich weiß, dort zur Piste kämen. Und weil da kein Monster ist. Ach komm, das ist einfach so sozial. Scheiße. Aber wir haben jetzt beide Minus Null, also Plus Minus Null gemacht. Ja. Ja. Oh Gott, ja. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Komm zu mir. Also wenn man Air-Drückt, sieht man die Map, ne? Ach so. Hallo, LDB. Er hat direkt einen Porter bekommen, Alter. Da kommt der Erste schon wieder mit dem Porter. Oh mein Gott, wer ist er denn? Was ist denn jetzt los? Ist das wieder Kaninchen? Ja. Alter. Nur der läuft halt die ganze Zeit rum. Aber man kann dem wehtun. Oh ja, wie war das nochmal? Warte mal. Entscheide, ob du egoisch sein willst oder nicht. Wähle eine Brücke diskret aus. Denn wenn man jetzt einspielt, dieselbe Brücke erwähnt, wie sie einschützt, dann bekommst nichts. Man muss aber... Ja, bevor es losgeht, musst du in die Richtung gehen und dann Leertaste drücken. Während du die Richtung gedrückt hältst. Also du musst zum Beispiel W einmal drücken und dann Leertaste oder W und Leertaste. Nein, W gedrückt halten, dann einmal Leertaste. Oder halt dann W, A gedrückt. Also die Richtung dann, wo es hingeht. Okay. Und es darf nur einer über die Brücke, sonst... Richtig, zusammen. Ihr müsst Leertaste drücken. Okay. Also einmal W drücken und dann... Also einmal W halten, dann Leertaste einmal drücken, richtig? Oder A oder D oder so. Genau, wenn du nach oben fällst. Ja. Okay. Ich weiß genau, dass Louis genau die gleiche Richtung nimmt wie ich. Wunderbar. Oh Gott. Ich bin noch gar nicht in die Richtung gegangen. Ich hasse dich, Bella. Was sagst du? Ja, auf, da nicht. Aber was ist denn das? W, A, S, D und? Na ja. Ich hasse dich aus der Hose. Ich glaube, ich bin ein Erster. Ich würde ja woanders hingehen, aber ich gönne Louis einfach nicht. Drecks auf. Aber weißt du was? Ich gönne dir. Ich gönne dir das. Oh Mann. Scheiße. Ja, so bin ich, ja. Danke. Warum hast du denn schon fünf, Mila? Ja, weil ich gerade zu den ganzen Schlüssen gegangen bin. Ach, das macht doch keinen Sinn, da geht doch jeder hin. Oh Gott. Ich schieße das nicht. Jetzt ist aber gut, du kommst. Oh nein. Wieso gehe ich denn immer in die selbe Richtung? Regal, hauptsächlich letzter. Ich gehe meinen Kaffee holen. So eine Scheiße. Die bricht jetzt schon. Wir spielen jetzt mal fünf Minuten. Ach, das ist einfach asozial, ne? Warte mal, haben alle Phasmo, die hier sind? Könnte noch Phasmo spielen. Oh, ich habe es nicht installiert gerade. Why? Weil wir lange nicht mehr gespielt haben. Genau, sind nur fünf Gigabyte. Warte, ich kann nebenbei schon mal runterladen. Oh je. Asozimum. Installieren. Nee, das ist 20 Gigabyte groß. Echt? Ja. Was? Warte mal, wo ist denn die Truhe? Na, die ist gleich hier vorn. Ist das die Truhe? Ist das die Truhe da oben, Mila? Was? Ist das hier die Truhe, wo der Luis gerade hinrennt? Ja, ja. Oh mein Gott, der hat die Truhe, aber der hat keinen Schlüssel. Nein. Der hat keinen... Doch, hast du wohl. Hast du wohl. Oh Gott. Ey, so unfair, ne? Ja. Wer war denn so nett? Der Oma hat das gemacht. Und hallo, Toni. Wo Gonzola du bist? Ja. Wolltest du sagen? Ja. Mein Gott. Ich will auch ne Kiste. Wieso kann ich eigentlich nur hier langlaufen? Oh Gott, der Böse kommt wieder. Oh Gott. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Oh mein Gott, der läuft ja nicht mehr über die Felder. Scheiße. Nee, der kann nicht mehr durch. Ja, das ist mein... Da hebst du mit Leertaste quasi auf. Und dann musst du die nach oben bringen. Genau. Du hast auch mehrere Geldsäcke tragen. Du bist aber langsamer. Genau. Du bist aber langsamer. Du bist halt langsamer. Du bist langsam. Becker. Aua. Du Schweinepriester. Oh Gott. Oh Gott. R.D.M. Nein! Achso, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Jawoll. Oh mein Gott. Hey, das ist mein Mei-Game. Wie kann ich das nicht verkacken? Nein! Da! Da! Ja! 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 Oh Gott! Nein! Ja! Ja! Nein! Dritter Platz! Wie bitte? Zweiter! Ey, warum kriegst du ein Geschenk und ich nicht? Na, weil ich erster bin. Der Demogorgon kommt wieder. Ja! 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 Nachsam! Äh... Ja, geh da runter! Feuch! Einfach feuch! Muss da runter gehen. Aber ich hab eh... mein... Schildes, der will ich haben. So... Ähm... Ja! 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 Nachmacherin! Hä, warum? Wie? Ja wie, wat? Wie? Du hast aber auch kein Pech, ne? Aua! Aha! Hallo, nicht stillen, bitte! Das ist gegen Toss, ich krieg' Ärger! Das war auch kein Stillen! Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Was? Ach, der gewinnt doch schon wieder, das ist doch voll unfair. Ja... Das ist einfach asozial, ja? Ja, hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir, googlyk! Geh weg! Ja! 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 Wie nimmt man die denn auf? Linke Maustaste. Linke Maustaste. Ach du Scheiße. Wir müssen uns gegenseitig damit abwerfen, quasi auf den Boden, dass man in die Grütze fällt. Ja. Oh! Geh weg! Oh Gott! Fick dich! Nein! Ich bin in der Grütze! Nein, Luis! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh Mann! Unfair! Einfach nur unfair! Ah! Nein! Oha! 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 Habe ich gewonnen? Ich hab gewonnen! Ja! Luis ist unfair! Und Nila auch! Alle auf mich! Hä? 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 Randy, Dankeschön für den Primesabon 11. Metallgarnelf! Danke für den Prime 30. Auf jeden Fall! Du kannst R drücken! Drück mal R! Egal! Nein! Ich geh jetzt wieder hin! Oh mein Gott! Tschüss, Luis! Bye-bye! Hä? Warum haut denn der den nicht? Na, weil der noch gar nicht dran ist! Gott! Nein! Pfff! Geh doch weiter! Unfair! Geh besser zu viel! Geh viel schneller dann! Ja! Ach! Immer die Vieren hier! Ähm... Eins... Vier... Ich will nicht nach links laufen! Nee! Lieber... Lieber hier lang! Hier schön! Dann werd ich halt angefahren! Hab'n Glück! Bye! Have a beautiful time! Wieso habt ihr Kaktusse? Na, du kriegst Items! Echt gewonnen! Ach, Kakteen! Nicht Kaktusse! Diese Kaktusse! Kaktusse! Ja! Oh oh! Oh nein! Luis ist am Arsch! Ja! Drecksau! Boah! Boah! Können wir mal wieder... Oh! Okay! Da muss man eine Knarre aufnehmen und dann einfach schießen! Der hat aber nur einen Schuss! Für Fortnite! Ja! Für Fortnite! Ja! Achso! Kann man nicht rauszoomen? Das ist voll doof so! Nee! Oh Gott! Warum liegt hier oben keine? Ich hab' keine Wurfe! Ich hab' keine Wurfe! Wurfe? Mach' ich doch jetzt wenigstens einmal eine Waffe! Oh Gott! Oh Gott! Ach, Kürtis! Komm! Oh Gott! Oh Gott! Schnell weg! Oh nein! Oh Gott! Ich hab' verfehlt! Das hab' ich gemacht! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin so schlecht in so Minigames. Ich muss schwitzen. Ich hab schon geschossen. Gebt das her. Nein. War unfair. Oh, Mila, lass mich. Nein, ich hab verfehlt. Was ist die denn da? Oh Gott. Mila hat mich besiegt. Mila, zwei Kills gemacht. Ja. Ja. Ich hab null. Ich bin dann einfach an das Fenster gegangen. Ja. War mir dann auch egal. Das war nicht mein Game. Oh, oh. Lass mich anruhen. Ja. Acht Stück. Öffnen. Und jetzt? Danny, einfach aus Ruhezeichen Playlist. Ich hab jetzt auch ein Pokal links. Wie den Luis. Ein Pokal. Weil du die Seelen befreit hast? Genau. Und wer zuerst drei Stück hat, der gewinnt. Nein, Mila, nein. Ach so, wie die Kisten, meint ihr? Ja, oui. Oder gibt's trotzdem noch Kisten? Sind das die Kisten? Die Seelen in dem Fall. Ja, das sind die Kisten. Was? I'll be looking for freedom. Oh, Mann, ey. Oh, oh. Oh, nein. Nein. Ja, doch. Nee, ich hab'n Kaktus an. Der kann mir gar nix. Geh rüber. Ich will mal wieder fliegen. Oh, da muss man sich einfach vor dem Dings verstecken. Vor dem Licht. Geh'n dich ins Licht. Ich hab' hier ne Taktik, ne Gute. Die, die jeder hat. Ah, nee. Ich hasse mich. Ihr seid so Arschlöcher. Gott, nein. Nein. Warte mal, wer lebt noch? Mila. Oh, nein. Aua, aua. Nein, nein. Mila, du schaffst das. Ich versuche es, ja. Ich versuche es. Köln, es hat nur vier. Wir sind beide Erste, ne? Ja. Ich bin Erste, ja. Fuck you. Fick dich, Mama. Fick dich. No. So, dann wurfe ich mal. So, was ist denn das? Wie, du hast jetzt auch einen Pokal? Was? Ach, der war hier. Ja. Wie viel Glück kann man haben? Ähm. Ey, die sind verteilter Fummel, sind, glaube ich, zwei oder drei sind verteilter Fummel. Oh. Oh. Man, kaputt. Gibt es jetzt noch welche? Oh, nein. Ja, ja, die kommen dann immer sofort wieder neu. Okay. Der kommt jetzt gleich und verhaut mich. Wie ist die Brülle? Ja, ich bin dran. Du musst halt dem Strahl auf dem Boden folgen, am besten. Ach so, danke, dass mir das mal jemand sagt. Ja, hoff, deine Sache. Oh, nö. Lass mich. Der kann mir eh nix. Der kann mir eh nix. Na. Der stinkt sauber. Der hat dich angerülpst. Ich, mich macht das, ja. Ja. Saugen, das kann ich am besten. Das stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich jetzt auch mal... Ich hab das Ding noch nie gefunden. Ich schon. Ich noch nie. Kann ich auch euch wegsaugen? Nee. Drei. Keiner geht in meinen hoch. Kann ich schon zwei haben. Das wäre unglaublich. Ja, ja. Geh weg. Oh Gott, ich find nix. Ah. Meiner. Warum ist Luis eigentlich so? Scheiße. Los, saug. Saug schneller. Geh weg. Ist mein Saug, ihr Ding. Teste dich. Och Mann, ich verlier schon wieder. Ah, der hat den Schatz gefunden. Geh weg. Ich. Mein Schatz. Ach, das geht doch gar nicht. Das 11 Stück hat der, Alter. Kannst auch keinem... Hey. Mila hat 12. Mila hat 12. Wie kann man so am Reinschicken sein, Alter? Oh Gott. It is what it is, sag ich ja immer. So, ich hab eigentlich keine Eile, hier rauszukommen. Ich war immer Profi da drin. Ja, knabber sie an. Einfach Cho'Gut. Man kann auch das Monster hitten. Warum, Luis? Warum? Ich soll das Monster hitten. Gott, ich hasse dich. Er hat schon wieder einen Pokal. Oh Mann. Wie? Geh rein, ich hab nicht mal genug Schlüssel. Ach so, stimmt. Haha, Loser. Scheiße. Schnell, weg hier. Bitte, lieber Gott. Ne zwei, ne zwei. Ja. I have a beautiful time. Mann, jetzt kommt er zu mir. Und hallo, es ist Zandria. Und ich hab mal Legion of Legends gespielt. Ich war Support Main. Oh Gott, was hast du getan? Du gehst zum Monster. Nein. Nein, nein, der kommt zu mir. Ja, zu Mila oder Luis. Oh ja, heu sie dir. Heu sie dir! Wieso geht der? Zu wem geht denn der immer? Mila. Immer zu dem, der am nächsten dran ist. Zu dem, der quasi oben ist. Oder zu dem, der am nächsten dran ist. Da hab ich letztes Mal gewonnen. Nee. Da war ich Zweiter. Du darfst nicht getroffen werden. Von Aulu. Jetzt einfach Duisburg-Marxlo-Simulator wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Machbar. Oh Gott. Oh mein Gott. Hey, das ist unfair. Hey, ich bin doch gesprungen. Wer ist da oben? Oh mein Gott. Wer ist da schon fast oben? Ich war eben fast oben. Miss America. Herrmann kann gar nicht drüberspringen. Nee. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Hey, das kann man doch gar nicht schaffen. Hey, das kann nicht wahr sein, Alter. Hat sie das geschafft? Hey, ich bin letzter. Das kann nicht wahr sein, Alter. Oh, ist das eine Schwitzerin. Los, hol sie dir. Hol sie dir. Ja. Fass. Fass. Nein, ich wollte gar nicht würfeln. Geschieht dir recht. Geh nach unten vielleicht? Ja. Hey, keine Tipps geben. Ja, lass mich. Ich wäre eh nach unten gegangen, als ob ich zum Monster gehe. Du trinkst Wurstwasser. Ja. Gott, bin ich schlecht. Ich bin so alt, ne? Ich bin auch schlecht. Wie viele Schlüssel braucht man denn? 40. Oh Gott. Das war so dumm. Ich habe Hunger. Ich bin alt. Ich bin Mila. Und ich bin arm. Ich habe keine Schlüssel. Doch, du hast Schlüssel. Aber das ist 34. Oh mein Gott, why? Und bin extra da hochgegangen. Are you on crack or something? Ja. Ja. Hier nach unten. Der haut dich jetzt gleich weg, ne? Egal, wo du hingehst. Warum hast du dir nicht nur die Schlüssel geholt? Die verliert dir doch eh. Ich möchte auch mal so ein Item haben. Hast du. Warum kann ich das nicht auswählen? Auf Kuh musst du drücken, wenn du würfelst. Okay. Ach, das ist doch bescheuert, ist das. Bye, Luis. Bye, bye, Luis. Kamehameha. Oh, da unten sind viele Schlüssel. Das ist so gemein. Ich jag den. Fliegen. Och, Ninja. Oh, nö. Ach, nö. Das kann ich doch nicht. Ich weiß nie, wo ich bin. Ja, doch nicht. Ich schau jetzt erstmal den links von mir. Oh, scheiße. Bin ich schon tot? Ey, Mann. Ich bin nicht. Ich komm gar nicht. Wie machst du das, Mila? Wie killst du sie schnell alle? Was? Ich renne doch auch nur durch die Gegend. Nee, gar nicht wahr. Ey, mich wird hier dauernd wegge... Dann kann er nicht mal scrollen. Ich hab nicht einen Kill. Mann, ich will doch auch jetzt mal. Mann. Wer ist Luke Skywalker? Wer ist Luke Skywalker, Alter? Wer? Ich. Oh, ne, was? Ich bin Luke Skywalker. Jetzt geh ich mir die gottverdammten Schlüssel holen. Oh, nein. Oh, schnell weg. War so klar, dass die mich wegteleportiert. Wenn du mich angreifst. Hä? Ich warne dich, Mädchen. Ich warne dich. Ja. Ich warne dich. Was redest denn, du? Spring doch vor. Spring doch vor. Warum tötest du mich? Ach so, wir können ihn töten. Das sag ich dir schon die ganze Zeit. Ich dachte, du verorst mich. Als ob ich zuhöre. Sondi, danke schön für Luis am 38. Monat. Ui, keckus du blo. Warum du blo? Ich hab nichts. Äh. Hm. Boah. Boah. Hm. Was würd ich denn an deiner Stelle machen? Ich lauf einfach. Tschüss. Links, geh links. Geh, mach einfach nochmal links ne Runde. Und jetzt fehlen mir wieder Schlüssels. Ja, hol sie dir. Glubluk. Wir müssen den Namen geben. Glubluk. Ah, boah, Harry Potter. Ja, Mann. Oh Gott. Expecto Patrono. Expelliamos. Wo bin ich? Ja, klar. Nein. Expelliamos. Hey. Ach komm, Mila, Alter. Ehrlich, Mila, ne? Hä, was denn? Geh auf Mila, Luis. Geh auf Mila. Nein. Ey, so eine Schwitzerin, Alter. Junge, wie kann man so schwitzen? Du musst aber einen Linksblick machen, Lena. Ey, wie kann man so schwitzen wie du, Alter? Ehrlich, du bist so eine Schwitzerin, du bist die Erfinderin der Sauna. Hä? Hä? Das ist überhaupt nicht wahr. Wie die sich freut. Wie die sich freut. Wie die sich freut. Ja. Hätte ich jetzt eigentlich uns gedrückt halten müssen. Ach komm, du bist so eine Ratte, ne? Du bist so eine miese Kröte, Alter. Was? Selber schuld, hä? Du bist so eine miese Kröte. Du hast gesagt, keine Kröte. Ich weiß noch, wo wir noch Teams waren. So eine miese Kröte, Alter. Ah. Kein Wunder, du Pickler. Oh Gott, Alter. Oh nein. Kannst du mir heute Nacht wieder ausdrücken? Oh Gott, bist du eine miese Kröte, ehrlich. So, ganz einfach. Ganz einfach. Bye, happy beautiful time. Ach so. Du wirst vom Globlog verhauen, nicht ich? Nein. Das werden wir ja noch sehen. Ich hab noch ein Portal, Curtis. Ich hab noch ein Portal. Im Arsch, Curtis. Es kommt noch nichts zu dir. Oh nein, bist du dumm? Du bist so dumm, Alter. Los, Globlog. Wir kauen schon zum dritten Mal um. Nee, gern zu. Ah ja, heulen sie dir. Heulen sie dir. Heulen sie dir. Nee, aber der schafft das nicht. Aber gleich. Tja, Curtis. Ich hab noch ein Teleporter. Okay, einer hat die Bombe, die anderen müssen weglaufen. Und mit links klickt man die Bombe. Und mit links, genau. Ah, schattenbund. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Was macht der? Seine psychologische Kriegsführung hat der gemacht. Ja. 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 Oh nein. Oh Gott, nein. Ja. Ja. Nein, Mila, du bist so ne Katze. Ich habe Angst. Oh Gott. Hier. Behalt sie, behalt sie noch. Warte, bevor sie hochgeht und dann gib sie weg. Und gib sie Kürtes, gib sie Kürtes. Wie gib ich sie? Nein, Mila, du bist so eine Ratte, ne? Ich hasse dich so sehr, Mila. Ich will doch nicht sterben. Oh Gott, lauf. Ja, nein, ja. Oh, das ist so unfair. In jedem Scheißspiel muss ich verlieren. Warum? Ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich weiß, warum ich Publikate hatte. Ich verliere immer. Ey, ich war in der Luft. Du bist so eine Cheaterin, ne? Du bist so eine Schwitzerin, Alter. Ey, was für Cheaterin? Alter. Ich hatte diese Spiele. Die ist schon wieder so am Schwitzen, Alter. Ja, ja, ja. Hey, warum warst du auf einmal so schnell? Hey, warum warst du auf einmal so schnell? Du hast mich in die Luft geboxt, Alter. Du hast Speed-Tag angemacht. Guck mein Bizeps an. Guck mein Bizeps an. Wie stark ich bin. Was für Bizeps, Digga. Das geht nix. Gedribbelt habe ich dich. Vom Aller, Allergemeinsten. Ja, 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 ja. Mein Freund. Das brauchst du gar nicht benutzen. Tschuck, 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 tschuck. Bye, have a beautiful time. Bam. Oh mein Gott, wie schlecht. Das warst du halt einfach so. Oh mein Gott. Weißt du, ich dachte, ich hole jetzt den Hauspokal, aber nix ist. Ich war ein Mädchen. Ich schwöre dir bei Gott. Wir sind so. Oh mein Gott, ich hasse dich so sehr, ne? Ich hasse dich einfach nur. Du bist nur sauer, weil ich dich abgezogen habe, Alter. Das kommt davon, wenn du Speedhack anmachst. Du bist so ekelhaft, Alter. Du hast Speedhack angemacht. Du hast mich in der Luft geboxt, Alter. Du hast einen Hack an. Ja, das ist auch möglich. Aber einen Speedhack anzumachen ist nicht möglich. Hasse dich. Die läuft schon zum Zweitmal an der Kiste vorbei. Hat immer noch keine Schlüssel. Oh Gott, jetzt kommt der Globlig gleich, Alter. Ey, wie ich dich hasse, ne? Ja, bitte, Luis, bitte. Sei mein Freund, Luis, bitte. Ja, das ist okay. Das ist sogar okay. Scheiße, ich werde trotzdem verhauen. Oh, bist du eine Nervensegel. Ich glaube, der geht trotzdem auf mich. Oh mein Gott. Der geht wirklich auf dich. Bye, Kurti. Fuck you, Mina. Fuck you. Okay, Entschuldigung. Oh, ich hasse das Spiel, Alter. Da musst du dir merken, was am Anfang oben da ist. Also in der Mitte zum Beispiel. Und da musst du das raussuchen. Genau. Ich hab keine Ahnung, ne? Ja. Wie hebt man die Dinge auf? Mit Leertaste, glaube ich. Ja, wo stand denn da jetzt was? In der Mitte. Wo denn? Wie? Was? Ihr braucht Äpfel. Ich hab keine Ahnung, ich geh selber den Scheiß. Du musst beides nehmen. Du musst beides nehmen. Zwiebeln und Äpfel. Aber wo steht das? Das steht in der Mitte. In der Mitte. Das steht gar nicht. Ey, ich wollte das doch gar nicht abgeben, Alter. Ich auch nicht. Ich hab schon wieder vergessen. Was war denn das nochmal? Ich war gesehen. Hä? Ich find keine Ahnung. Ich seh nicht, wo das stehen soll. Vielleicht kam das nicht. Der fand gar kein... Oh Gott. Wo denn? Wo denn? Ich seh nix. Überm Topf. Da ist nix. Ich hab schon wieder vergessen. Bei mir ist da nix. Nein! Es ist von einem doch gar nicht genug da. Ja, das ist doch voll das Klackspiel. Ach, Fick. Das braucht immer mal, wenn man was nimmt. Und warum bist du erster? Ja, weil ich das letzte geschafft hab. So unfair. Du bist so unfair. Hä? Was für? Los, Klippklopp. Hol sie dir. Ja, stopp. Klippklopp oder so. Ach komm, das ist so unfair, alter. Nur so reinschwitzen. Ach komm. Du würdest es doch selber tun. Ach, ich will fair sein. Ja, 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 ja. Und ich schenke dir zu Weihnachten Playmobil Ponyhof. Echt? Ich Idiot. Echt? Ohhhh. Glück gehabt. Oh Mann. Wow. Jetzt muss ich auch schon Magic Pommes machen. Gott, du Quatt. Oh Gott. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Warum werde ich mal bestraft in meinem Leben? Warum halten diese Suppen wie nach zusammen? Wen hat das verdient? Heiz den Mund, ey. Ehrlich. Ach komm. Das Kotzen krieg ich bei euch. Halt so Kacke, ne? Voll okay. Voll okay. Hat sie sich verdient. Du heizt auch deinen Mund. Könnte sich sterben, die ganze Zeit. Ich hab doch nicht einen Pokal. Halt Mohl. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Halt Mohl. Unfair. Unverdient. So ein Schmuck. Ich verdiene ich mich, Samaika. So ein Schmuck. Ey, der kann... Ne, der kann da nicht. Ne, der kannste nicht. Ich auch nicht. Ja, holy. Irgendjemanden gibt Club. Oh Gott, ich bin so schlecht. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Hallo Jerome. Mila, du bist. Ja. Mila, du. Konzentration gehört. Oh Gott. Ach, ich bin so scheiße. Nee. Ich bin so scheiße. Ah. Nein. Nein. Ich kann doch nicht fahrrad sein. Nein. Nein, nein. Nein. Die hat schon wieder reingeschwitzt. Ich hasse die. Ich hasse die. Guck dir das mal an. Ey, das ist doch krank. Das ist doch ein Mutant, Alter. Du bist doch ein Mutant. Du bist doch ein absoluter Mutant, Alter. Du gehörst doch an diese komische Kack-Schule da. Kann man denn solche Reflexe haben? Du kannst deiner Kugel ausweichen wie Neo von Matrix. Die hat gewonnen. Die ist bestimmt auch um die Ecke. Stimmt, die hat Cheats, Alter. Cheats hat die. Ich hab keine Cheats. Das war es aber gerade so lange gebraucht, um anzunehmen. Nein, ich war nicht im Fenster. Jetzt bin ich sauer. Hör bloß auf. Hör bloß auf. Ich lade nebenbei runter und muss immer pausieren, weil sonst leckt das bei mir. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Ach, komm, mein Dingle boxe dich weg. Ja! Und Superwaffe kriegst du auch. Ja, stimmt. Dafür musst du nicht mehr zahlen. Oh Gott. Damit kannst du glaube ich über den ganzen Mapbeinen abknallen oder so. Und ein Geschenk kriegt die Aue noch, Alter. Und noch ein Geschenk. Ey, was ist denn hier los? Und alle Schlüssel von Königs. Loser. Nein. Oh mein Gott. Du bist so dumm. Ich wollte es wegdrücken. Das ist der Trainer gewinnt. Ja, aber die machen ihm keinen Schaden. Und er landet auf den Felsen. Oh nein, Klippklop kommt. Ich bin einfach alles schiefgelaufen. Der will immer noch zu mir. Ja, darin bin ich gut. Oh nein, nicht das Spiel. Ich hasse das. Ich hasse das. Oh, ich muss ganz dringend bitte nie hoch. Oh Gott. Ich habe mein Download nicht gestorben. Das ist gar so schlecht sein wie ich. Ich überrunde schon. Du überrundest noch gar nicht. Ich habe doch. Ich habe Mr. Maker überrundet. Ich war noch gar nicht durch. Ich wollte gerade sagen. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Nein. Ich überrunde dich schon wieder. Platz da. Ich glaube, ihr ladet mich nur noch ein, damit ich wieder gewinne und ich verliere. Wer ist der beste Dodger? Wer ist der beste Dodger in diesem Spiel? Jetzt reicht es. Guckt mich an. Ich war ein Wunder. Ich hasse dieses Scheiß-Pummel-Party-Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Wer ist euer Daddy-Chess? Oh Gott. Ich bin Daddy. Nein. Ich hasse dich einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Du trickst dich, oder? Trickst du wieder. Jetzt hat Mila sofort angenommen und Instant verloren. Bastet. Ja, ja. Die cheatet. Gar nicht wahr. Ja, war doch. Ihr kriegt kein Taschengeld von mir. Ich bin arm. Ihr könnt euch ein Tinker-Pätzchen nehmen aus dem Kühlschrank. Hallo, unreached. Ich könnte eine Runde aussetzen oder ein Spiel absuchen. Dann nimmst du das Geschenk. Ja, ja. Das meine ich. Aber vielleicht teleportierst du dich ja auch dahin. Ja. Ich weiß nicht, weil ich habe zu viele Pokale. Aber aussetzen ist auch okay. Ich gehe schnell aufs Klo. Oh Gott. Hoffentlich mute dir ihr Mikrofon. Hoffentlich nicht. Wäre lustiger, wenn nicht. Wäre richtig lustig. Nein, wäre geil. Wäre geil, sagt die. Okay. Ich habe fast mal runtergelassen. Oh mein Gott, Alter. Wäre geil, sagt die. Oh Gott. Wie die da so richtig einen wegschmettert. Oh mein Gott. Das reicht mir schon, wenn ich das bei dir hören muss. Das ist wirklich die Keramikfräse. Ja, ja. Hey, ich dachte, du magst das. Ich habe extra Tür aufgelassen. Nein, ich habe letztes Mal aus dem Fenster gekotzt. Also, also wie gesagt, Phasmo ist runtergeladen. Ja, können wir ja nachher auch noch eine Runde zacken. Ja. Ja. Hast du Angst vor Phasmo? Nein. Nein? Nein, ich exorciere dich. Ich exorciere dich. Ja. Ameno. Ameno. Oh, geh weg von mir, Glipp-Glopp. Hol'n dir. Was? Fliegen, bitte fliegen. Ah, dat ist wieder mein Spiel. Kugeln aus Weichen. Jetzt bin ich schon aus dem RP rausgegangen wegen dem Kreis und jetzt lande ich hier auch wieder in dem Kreis. Ameno. 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 Okay, ich bin der Erste, der rausfliegt. Und Mila schwitzt wieder rein mit ihr im Dodge-Hack. Hä? Mann, du bist am Hacken. Ist überhaupt nicht wahr. Du Schwitzerin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. Jetzt hat die extra verloren, damit das nicht auffällt. Ist gar nicht wahr. Damit das nicht auffällt, dass sie am reinspiegeln. Komm alle. Komm. Ich üb wirklich heimlich. Ich spiel immer mit Bots. Ja, wahrscheinlich machst du das wirklich. Ja, ich spiel mit Bots. Na und? Ja, mit uns. seine lüge ist ein freundin ist ja schon zusammen selbst machen new york vom trump tower mit peace zeichen kann ich auch mal irgendwann wieder dran sein ach komm wie ich dich hasse als ob du das du wolltest das erst auf mich machen ist überhaupt nicht wahr warum bringst du den sonst um aber der braucht jetzt erstmal ein paar runden ich glaube so lange dauert das gar nicht mehr das spiel ja wir sind noch die verlieren ja wo ist denn jetzt der nächste da gehen wir nach links wie als die wir nicht ein kreikos von zingern hat jetzt sorry okay was hast du denn noch für items muss wieder er drücken noch mal die kiste boah guckte das doch mal an denn hier du hast 18 schlüsse sich bei rotoren rennen schnee schleudern nicht leider klar du wieder schleudern krank bist du absolut krank mit dem redest du nein ich hab dich auch nicht alle sind die mila verräter schweine ach komm halt maul alter sehr schön schneeball ja du musst jetzt runter schubsen da ja genau oh nein ich hau mich selber runter ich Idiot nein ich habe mich selber runter ich habe wieder mich selber ich habe wieder Nein. Ruter, Bier. Ruter! Wie so zwei Hirsche, die sich verkeilen und sie sich im Geweiher... ...dong! Ui! Er! Oh! 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 Los! Dong! Boah! Oh! 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 Hey! Oh Gott! Hast du mich runtergeschubst und mich selber weggenützt? Aus Versehen! Haha! Ich konnte... Runter jetzt! Nein! Ja! 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 Was da... Ah, nicht Mila, okay. Ja! Hilf! Schon wieder eine halbe Panikattacke hier. Chat, kann man den neuen Mauscourcer, den ich jetzt habe, sehen im Stream? Ja, ne? Schön. Gibt es hier eine besondere Mauscourcer? Ne, ich habe so ein Dings, aber ich habe Custom Dinger. ich bin da hin überhaupt ich glaube wenn du springst oder wu-tang ich glaube ich du hast nicht genug schlüssel kommt die unfaire wieder was soll denn das spiel aus schön dass die hier war ich werde nachher auch noch essen ich glaube ich brauche keine rakete ich bin du kannst ein kaktus benutzen dann bist du gesichert falls sich eine angreife einschlag aber wenn du ein anderes item einsetzen möchtest dann verlierst du auch den kopf ich habe auch nicht genug was machen wir denn jetzt silvester mila ja auch spiele abend spiele abend aber mit stream oder ohne mir ist egal ich habe heute gesagt so ich weiß nicht ob irgendwer streamer man kann ja auch man kann ja immer an ausmachen wie man mag falls überhaupt denn jemand da ist zum gucken wie kann man den nummer drehen mit kuh mit kuh Hilfe? Hä? Äh, nee, das kommt hier, das kommt hier, das kommt hier, nee! Ach, ich bin so schlecht! Neee, was mach ich denn? Ich weiß nicht, wie das auszusehen hat. Oben, ganz oben siehst du das Bild, hier, da. Was mach ich hier überhaupt? Nee, das ist falsch! Das ist auch falsch! Echt? Oh mein Gott, ich bin so schlecht, ne? Was denn? Was hab ich hier? Du siehst doch hier ohne das Bild! Mann! Ja, ich bin schlecht! Nein! Ach, ich bin so scheiße, Alter! Ich bin so scheiße! Und die ist schon wieder am reinschwitzen mit ihrem Scheiß-Hack! Ich bin so kacke, Alter! Ich hab absolut keine Dings mehr, Grobmotorik, nix mehr! Ja! Ach komm! Ehrlich, Alter! Du gehst mir so auf den Sack, ne? Ach komm, das wolltest du da machen, ey! Oh Gott! Wird mal Puls überbrochen! Oh mein Gott, ich bin da gar nicht dran! Halt meinen Finger! Ich spiel das nicht mehr! Doch ran Silvester! Oh du Zeit, Alter! So ein Kackspiel! Stimmt, die Lena hat nur die Superkanone Kann ich damit jemanden von euch töten? Ja Ja, One Hit Ich schwör bei Gott, Silvester Geh ich allein ins LP und stell mich irgendwo hin Ich spiel an sich Oh nein, das kann ich nicht Ach, laber nicht Dein Hack sagt dir genau, wo du dich hinstellen willst Ach, komm Jetzt hör doch auf Nee, die regt mich auf Die schwitzt voll rein 9000 Stunden in dem Game, Alter Das ist gar nicht wahr Dafür verliere ich immer Das sieht auch so aus, als würde ich hacken So viel kann man gar nicht verlieren Weiß jetzt, was an Silvester machen Was denn jetzt? Oh Gott War ja klar Gott, da sind wir zwei Nee, du bist noch auf dem Weg Mit Mila Ihr Hack sagt einfach genau hier hin Kann ich wahr Sagt der, der die ganze Zeit da vorne stehen bleibt Nein Nein Wie, warum hab ich nutzt? Hä, warum hast du 100 Punkte? Warum? Warum? Das ergibt gar keinen Sinn Du bist vor mir reingefallen Ach, du bist so am hacken, ne? Du bist so am hacken, Alter Das ist ohne Witz Hätte ich ein RP-Projekt Würde ich dich bannen einfach Oh mein Gott Was ist das? Wie kann man so reincheaten, Alter? Darin gibt gar keinen Sinn Hä? Oh mein Gott Jetzt, hallo Was soll denn das? Wir sind beide gleichzeitig runtergefallen Du kriegst 100 Punkte und ich nur 20 Ist klar, Alter Immer Ist klar Die Haltungsnote beim Fallen, ne? Nee Ich mach noch einmal ein Geschenk No Da fühl ich mich eh wohl, da Ja, ja, jetzt machst du wieder auf Unschuld, Engel Ey Ich spiel doch nur das Spiel So, klar, Alter Ach, das Oh Gott Wie portet sich jetzt Seht ihr eh zu mir und dann ist vorbei Ich hab keinen Porten Nee, nicht du Ich rede von Mila, der Cheaterin Warum sollte ich das tun? Damit du gewinnst? Hat man das Ägypten Oh Gott Oh Gott Da ist meine Freundin Oh Gott, ich hasse euch beide so sehr, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen Ehrlich, ich hasse euch einfach nur Ich hab nichts in meinem Körper übrig, außer Hass für euch zwei Nik, absoluter, purer Hass Na knallt die mich da weg mit Du musst auch IC und OOC trinken Halt, Maul, hier gibt's keine Regeln, Alter Ich hasse euch, ihr seid solche Suppen Luis, mach doch mal was Wir müssen zusammenhalten Jetzt knall die weg Da oben Geh mit der Rakete voll rein Ich hoffe, der Demogorgon holt dich Während du auf dem Klo sitzt und gekippt hast Und dein Arsch noch dreckig ist Hallo Der eskaliert quickly hier, Alter Hey Übertreib halt, ja Übertreib halt komplett So Wo ist das? Da kommt dein Ex-Freund, Lena Hallo Hallo Was ist denn das für eine Pisse? Da gehst du Du merkst dir das Und du musst immer eins hochgehen, zum Beispiel Dann explodiert das Dann machst du die nächste Richtung Dann explodiert das Dann machst du die nächste Richtung Ich glaube, Lena hat's nicht verstanden Wir werden's gleich sehen Also du wartest immer eine Explosion ab Nachdem du einen Schritt gegangen bist Aber das ist mit WSD, ne? Genau Und die Pfeile geben vor, wie du laufen sollst Und da links Ach, ich hab den Versag Oh mein Gott, ich bin so schlecht Ich muss mir unbedingt den Cheat holen, den Mila hat Guck mal, wie die uns vernichten Jetzt hat Mela, der Lena, den Cheat geschickt Schnell im Discord Schnell im Discord Damit die uns richtig wegrasieren hier Nee, nee, nee Aber ich lass mir das nicht geben Dass Luis behauptet Und in die Nels nicht will ich denn Richtig so Hat sie jetzt nochmal extra angespornt Ja Die verschwören uns hier Hey Hey Das sag ich doch, Luis Die gehen voll auf uns drauf Oh, Luis, du hast echt viele Schlüssel Bamm Ich hab nichts, um dich endgültig Na los, trau dich Warte, lass mich irgendwo Nee Dann nee Das ist so unfair Deshalb durften damals auch keine Mädchen in mein Clubhouse Bin ich auch mal wieder dran, ne? Ach, Luis hat eh jetzt gleich gewonnen Ja Nee Wenn Luis treffen, geht das nicht? Ja, doch, du musst noch einen weiter Nee Du warst gerade bei dem Du hast aber weitergemacht Ja Siehst du, was die uns antun, Luis? Ja Ich hab immer noch genug Schlüssel Ja Ja Ich hab das Gefühl, dass ich gleich gebackstift werde So So, jetzt holt Luis das Ding Luis, mach keinen Quatsch jetzt Ich will das Geschenk nehmen Luis Ich hab's ja einfach nur mit Cheatern zu tun Die hat mein, die hat mein Paket verhext Wo ist die eigentlich ab? Wo ist die eigentlich ab? Zu Glück Wen hat er denn jetzt angeknallt? Wird Mila treffen Oh Gott, Luis, der boxt dich weg Nee Woher, der wird dich jetzt weg Oh Gott Im Paket Oh Gott Im Paket aber Oh Oh Wir können eigentlich Mila direkt gewinnen lassen Ach komm Nee, ich bin ganz oben gespawnt Ich glaub ganz oben ist beschissen Ich glaub unten ist win Nein, komm schon Ich Ja Nee Ach komm Ja, klar Ah Ich bin da Oh mein Gott Oh, guck mal die Mila da oben wieder Guck mal wie weit die weg ist Hilfe Oh Gott Und die hat wieder reingesheetet Ach, komm Mila, das ist langweilig mit deinen Cheats Hä, was sollt'n das? Ja Was soll ich tun, ne? Gibt nix zu tun Solange Luis in seinem Gefängnis Ja Fuck Mann Ich bin zähend Ich hab auch kein Geschenk mehr Mann Oh Ah, Meno Gleich mal mehr Peke liegen Ach jetzt komm So, Luis Mach das Ding zu jetzt hier Ich würd'n Geschenk benutzen Er hat keins mehr Ja Nein Geht das so weit? Nee, ne? Nee Nee, okay Wusste aber vorher nicht Ende Gelände Und nach links mehr Ich hasse das Spiel Nein, nein Lena, wir haben gewonnen Habt ihr nicht? Doch, wir haben gewonnen Habt ihr nicht? Wir haben gewonnen Sieger-Ero mit dir Wir haben gewonnen Nein Ich entlete Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir Ich hab gewonnen Cook cheaterin ich bin bestimmt ich habe gewonnen wer am meisten gestorben ist cheaterin mila das ist ein anderer pokal genau mila lad ihr schnell nur hacks runter für fasmo gar nicht aus dem truck aussteigen müssen das ist ja wohl der richtige ich liebe dich er hat mich nicht eingeladen ich liebe dich ich bin nirgends ich stehe im käfig unverdient ich bin kuchen tv ich bin kuchen tv da wo nur eine alter die am reinschwitzen ist alter geht einfach ja ich habe nur geklatscht ich brauche eine einladung ich gehe doch nicht auf den geburtstag wo ich eingeladen wurde wie kann man jetzt gehen was hat denn der geburtstag ich geburtstag ja guck mal wie die cheatet alter was für cheaten du bist einfach schlecht du bist einfach cheaten guck wie die uns beide weg kloppt meine faust geht einfach durch ihr model durch alter siehste guck alter siehste alter geht nicht geht einfach nicht du kannst sie nicht versiegen guck guck siehste lass mich raus du kannst sie nicht verhauen ich kann die wirklich nicht hauen jetzt hat sie ausgemacht jetzt hat sie ausgemacht ach komm jetzt raus ja jetzt hat sie ausgemacht ist mir zu blöd ich kriege hier nur aufs Mohl so ich bin noch für runden fast aber wir haben kein geld ne wir haben 20.000 oder so ja ok dann wenn Lena Geld hat dann let's go machen wir fast nur noch ich hab Geld nein da